Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Guide von Night of the Dead. Heute gucken wir uns die 5 Tipps für mehr Ressourcen an. Tipp Nummer 1, der Skillbau. Ihr solltet gucken, dass ihr so schnell wie möglich die Skilllinie Forest Worker und Junior Builder bis zum Ende durchbekommt. Die Skilllinie Forest Worker hilft euch dabei, mehr Ressourcen abzubauen und damit eure Taschen schneller zu füllen. Die Skilllinie Junior Builder hilft euch dabei, dass ihr für den Aufbau von Gebäudeteilen weniger Material benötigt und, was noch viel wichtiger ist, für den Abbau von Gebäudeteilen mehr Materialien zurückbekommt. Tipp Nummer 2, macht Upgrades an euren Werkzeugen und eurer Materialtasche. So könnt ihr immer höhere Stacks in eurem Inventar haben, was dazu führt, dass ihr mehr Material beim Farm einsammeln könnt. Und die höheren Upgrades für Sachen wie Holzfäller-Axt und Spitzhacke sorgen dafür, dass ihr schneller die Ressourcen abbaut. Tipp Nummer 3, schießt den Zombies nicht direkt am Anfang in den Kopf. Da besteht die Gefahr, dass der Kopf explodiert und die Pfeile überall hinfliegen. Wenn ihr ihn nur in die Brust schießt und ihr schafft es nicht, sie zu töten, habt ihr die Möglichkeit, die Pfeile aus ihnen trotzdem wieder rauszuholen. Dafür lasst ihr einfach eine Leiche mit den Pfeilen drin liegen, lauft dann mit der Meute auf diese Leiche zu und kurz bevor sie euch eingeholt hat, drückt ihr die T-Taste und hebt dann nicht nur die Pfeile aus der Leiche auf, sondern auch alle, die in der Meute stecken. Sollten euch in einer brenzlichen Situation, so wie dieser hier, eure Pfeile ausgehen und ihr habt keine Nahkampfwaffe dabei, könnt ihr auch einfach das Messer benutzen. Das habt ihr definitiv immer dabei, weil ihr das definitiv nicht aus eurem Equipment rausnehmen könnt. Und auch damit, wenn ihr ordentlich draufhaut, könnt ihr ohne Probleme die meisten Zombies erledigen. Wo es ein bisschen schwierig werden kann, ist bei den Dicken. Sollte es da dazu kommen, dass ihr keine Pfeile mehr habt oder ähnliches und ihr könnt den Trick, den ich euch davor gezeigt habe, nicht nutzen, rate ich euch wegzulaufen. Als letzten Tipp empfehle ich euch, die Zombies in die Pfeilen laufen zu lassen. So eine Falle zu reparieren bzw. nachzuladen, kostet lediglich ein paar Äste. Munition jeglicher Art ist da deutlich teurer. Das war's mit dem heutigen Guide. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Kommi und ein Like da. Bis zum nächsten Mal.